Ich bin blau, wer ist noch blau? Echt? Wir werden sterben! Was heißt hier auch nö? Hallo, wir haben doch Spaß dabei! Sag mal, was gehst du hier vor allem nicht? Ich hab den Zweikampf gewonnen, hol dir den Ball! Ich bin doch am, 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 am... Am Fliegen? Am Salto machen! Pass nicht auf, der Flo, der steht immer hinten und wartet, wo er nachfliegt! Nein, scheiße! Ja, weil der Lars das schon richtig gut macht! Nein, 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 nein! Wenn du dann weggeboostet wirst... Nein! Nein! Schade! Ach, Mann! Ich seh den Ball nicht mehr! Boah, ey, ich kann das nicht spielen, wenn der immer über mir drüber ist und ich gucke nur nach oben und ich weiß nicht, wo ich eigentlich bin! Das ist so scheiße! Nein, ich schieße ihn grad zu uns rüber! Ja, pass auf! Der Doof, der Lars ist in der Nähe! Ja, mach doch! Ja, mach doch! Der Doof! Der Doof! Ich hab gesagt nicht ne Dumme! Ja, ja, ja! Ich werd nie dumm sagen! Ich würd nur sagen doof! Oder blöd! Oder vollidiot! Oder so was, aber... Oder Arschloch! Ja, manchmal vielleicht! Ja, manchmal vielleicht! Ich sag zu Flo immer Arschi! Boom! Scheiße! Nein! Halt den! Halt den! Fick damit! Oh Scheiße! Nein! 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 Also ich bin ganz langsam! Ich bin ganz langsam hingefahren, ja? Ja! Der Kul hatte ja auch da so rum! Okay! Ja, da kam aber jetzt ein richtiger Boost, ja? Also... Ja, ja, Arschloch! Ich bin ganz langsam hingefahren! Ja, ja! Oh! Nein! Anna! Was machst du?! Ich hab mich extra da hingestellt! Entschuldigung! Nein! Nein! Der ist ein Tor raus! Scheiß Auto! Stehen wir jetzt beide vorm Tor? Nee! Oh Scheiße! Ich glaube so ganz kurz... Aua! Ah! Ich hab ihn doch abgewehrt! Aber pass auf, pass auf! Der ist doch heiß! Ah! Fuck! Ja, nö! Ich war grad tot! Mit meinem Freund! Mit meinem vermeintlichen Freund! Nein! Ja, nö! Geh runter Auto! Geh runter! Okay, jetzt... Da! Schnell! Ach, du bist kaputt! Fuck! Jetzt gibt's Stress! Ich guck nicht mehr nach dem Ball! Oh-hohohohohohoho. volcano, child In dem Moment sterb ich... Nein! Nein! Fuck! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Flo, wo bist du? Ah! Fuck! Nein! Ich hab keinen Lust mehr gehabt! Ich mach's dir nur noch krabbelig, weil ich endlich spiel dich mal normal und hör auf alles krabbelig machen und dann fängt der Arsch damit an! Und dann musst du dich gleich rechnen, ne? Ja, klar! Nein! Och Mann! Wieso krieg ich das so nicht geteilt? Nein! Der ist Außenpfosten! Ha! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Komm, komm, komm! Ach! Aber ich hab gerade was rausgefunden! Ich glaub, du bist schneller aus dieser Umdrehung raus, wenn du wieder Gas gibst. Kann das sein? Wenn du weißt, ne? Wenn ich wieder Gas gib, wenn ich mich so überschlage! Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich! Das sagst du mir jetzt nach 20 Spielen oder so! Nach 20? Das ist doch... Also man geht nie vom Gas runter! Ha! Ja! Nee! Hol ihn dir! Nein! Anna! Nicht auf uns! Ja, nein! Ich hab ihn weggemacht! Ich auch! Ich auch! Yes! Das war sauber! Schicke! Genial! Muss man ja mal sagen! Oh, ich seh den nicht! Hilfe! Scheiße! Es war auch die Fahrt genauso wie es geplant war! Das ist das schöne! Scheiße! Ich bin zu schnell! Nein! Zauber! Weißt du, sie schreit Silke und steht mitten im Tor drin! Ja! 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 Nein! Geh da noch einen! Geh da noch einen! Ah! Ja! Sauber! Ja! Ich hab's im Tor! Nein! Ah! Scheiße! Schatz, du bist schon gerade ein bisschen klein! Ich hab's auchピupfen! Nein! Ich bin schon was? Ich hab ein bisschen quer geboostet. Ich hab den Floh aufgehalten! Aua! Sag mal weg, du bist zweimal in mich reingefahren. Willst du mich verarschen? Guck mal da, pass auf! Da bist du das erste Mal reingefahren. Da sieht man es nicht mehr. Aber danach bist du noch mal in mich reingefahren. Man sieht es nicht, als er war es nicht so. Aber ich hab's auf Video, darfst du nicht vergessen. Du kannst in der letzten Kamera kannst du es auch mal in der letzten Kamera lenken. Nein! Scheiße, scheiße! Oder? Warte mal, stand da nicht grad Torschuss? Hä? Hab ich jetzt ein Tor gemacht? Du hast es vorgeschossen, ja. Ja aufs Tor? Aber heißt das jetzt, ich hab jetzt auch ein Tor gemacht? Oder was heißt das jetzt? Es ist immer noch null! Nein, ich bin zu langsam! Scheiße! Über dieses Match werden wir nie wieder reden. Über dieses Match werden wir nie wieder reden. Also so oft, wie ich den Flo jetzt hochgejagt hab, ich rede immer. Aber merkst du das, wenn du das machst, dann kriegst du... Ich bin grad scheißegal! Ja! Ja! Geh rein! Geh rein! Scheiße, da war noch einer! Da war noch einer? Ja! Ja! Ha! Einer, glaube ich! Einer, glaube ich! Oh Gott! Ich bin neue Gegenteuer! Ich bin neue Gegenteuer! Tor-Explosion! Okay! Ja! Starbase A! Das ist schön, dass ich hinzugefü- Oh Gott! Was ist das denn für eine Arena? Die kenn ich gar nicht! Also ich bin blau, ja? Was für eine Parade! Wir müssen ins... Orangeschneetor! 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 Ja! Oh Gott! Gerüchte Ball! Gerüchte Ball? Scheiße! Oh, Anna! Soll ich mich drauf konzentrieren, die Leide kaputt zu machen? Ja, mach das! Mach das! Jetzt darfst du es doch ohne, dass wir es dir übel nehmen! Nein! 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 Ey! Boah! Diese Arschlöcher, die einen dann reinfahren! Das habe ich dauernd! Wirklich! Da! Da! Bitte! Nein! Doch nicht! Nein! Fuck! Oh, sorry! Ich habe dich, glaube ich, wegge... Das passt! Das passt! Nochmal eine kaputt! Nein! Äh... Irgendwie habe ich jetzt gerade... Ich habe den getroffen! Ich wollte ihn zur Seite weg... Hauen! Der mit seinem mächtigen Sportwagen oder was ist das, ich sehe... Nicht richtig! Ich gehe nicht zum Ballfahrer! Ich bleibe hinten, okay? Und hole mir... Ich dachte, du wolltest die alle... Platt machen! Ja, deswegen brauche ich Boost! Ohne Boost geht das nicht! Ich mache mal den im Tor weg! Ah, der hat... Nein! Oh, fuck! Boah! Das war knapp! Entschuldigung! 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 Ich wollte gerade sagen, war das hier unser eigener Mann! Hallo? Boah! 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 Der war weggeboostet! Noch mal einer! Scheiße! Nein! Ach nee, wir müssen ja auf orange, ne? Scheiße! Oh! Oh, gefährlich! Oh, entschuldigung Schatti! Ich dachte, du meinst mit! Hier! Eie! 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 Nein, was macht der Flo denn da? Oh, Entschuldigung! Wie, du bist Domf? Nein, Anna hat mich weggebombt! Nein! Oh fuck! Das ist nicht dein Ernst! Ich hasse diesen Tor! Nein! Scheiße! Im Flug bin ich doch da dran gekommen, das wollen wir uns gar nicht ansehen! Nein, geh weg! Der eine hat den anderen reingeschossen! Ja, das warst du wirklich! Ja, wobei der Tor ja schon... Der Tor, genau! Der Ball! Wobei das Tor ja schon im Ball war! Ja! Entschuldigung! Nein! Scheiße! Einer im Tor ist weg! Nein! Oh Mann! Oh, falsche Richtung! Falsche Richtung! Nein! Boah, das ist nicht wahr jetzt! Wir haben einen Bot drin! Der eine jetzt raus, den ich kap... Ich hab den im Tor die ganze Zeit kaputt gemacht! Ist der jetzt echt raum? Der hat keinen Bot mehr gehabt! Boah! Ich bin happy! Nochmal einer! Echt jetzt? Hä? Der, der explodiert ist oder was? Ja klar, die explodieren dann, wenn sie rausfliegen! Oh! Scheiße! Nein! Ich hab den grad kaputt gemacht! Und... Oh! Nein! Oh! Der ist da noch dran gewesen! Fuck! Ich hab den so schön weggedonnert! Und da ist irgendeiner im Weg gewesen! Der da! Siehste? Stimmt, du kannst ja auch so einen Lupfer nach oben machen! Wie machst du das denn? Na komm mal mit! Doppelsprung! Ne, so einen kleinen! Nicht so einen großen! Denkert euch, kriegt der letzte auch noch raus? Habt nochmal einen explodieren lassen! Nein! Aber irgendwie bringt das explodieren lassen hier kaum was! Ja, weil die Leute sich nicht so ärgern wie wir! Nochmal! Was? Ne, die... Oder ja! Na, Mann ey! Das kann doch nicht! Seit immer so Millimeter daneben! Ach komm, Junge! Was ist denn, ey? Aua! Schatz! Nicht mehr meinen Körper anfassen! Denk dran! Was? 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 Was ist das für denn? Ja, du hast mich hier grad voll weggebomben frontal! Nein, hab ich gar nicht! Ich hab die Aufnahme! Komm, komm, komm! Ist dieser fresh Challenge an Bord? Komm, komm! Ja! Ah! Weil den hab ich jetzt dreimal hintereinander hegt! Nicht, dass der sauer wird! Das kann natürlich sein! Ja gut, das ist sein Problem! Ich mein, du kannst ja auch aus Versehen immer dagegen fahren, weil du einfach nur spielen kannst! Aus Versehen, ja klar! Immer ab ins Tor rein! Ja, ne ohne Scheiß! Ich hab am Anfang die Leute so oft explodieren lassen, aber nicht, äh, gewollt! Ah, der versucht... Bloody Dick versucht mich jetzt kaputt zu machen! Aua! Hallo! Entschuldigung! Die haben jetzt jemanden auf mich angesetzt! Es tut mir leid! Bloody Dick, du verrecksch jetzt! Ja! Ja, he he! Nein! Ey! Immer diese Mini-Meter! Es kotzt mich an, ne? Ja, komm! Na, ooooh! Der hat mich abgedrängt hier! Oh, shit! Ich bin in zwei noch reingefahren, sie haben es nicht hingekriegt. Ah, da ist keiner von uns. Doch, zwei von uns waren da, aber leider auch die Gegner. Aber wir haben uns gar nicht so schlecht beschlagen. Ich meine, mein Fall lagen wir zu zweit zurück. Wir müssen uns steigern. Ich habe eine neue Antenne bekommen. Und eine Radiokassette, wofür auch immer ich die brauche. Und die Kiste. Nein, die Schild. Achso, doch, die kann man öffnen. Oh, habe ich mich dadurch jetzt rausgeworfen? Du willst wieder alles öffnen, ne? Ja, du kennst doch uns Frauen, wir müssen alles anfassen. Aber ihr Männer freut dich meistens drüber. Ja. Hast du dieses schäbige Ja von ihm gerade gehört? Alles anfasst und in den Mund nehmen, ne? Irgendwie muss man ja Test nutzen. Also Lars, ich habe mich gerade gesehen. Weil ich war gerade am Schlucken erst. Ich bleib stehen, ich spiel gar nicht erst. Das ist nicht schön. Ja, und dann auch noch so ein Kommentar. Alles über die Bühne. Oh, was sind wir jetzt? War nochmal blau, ne? Ja, dieser komische Tritt noch bei. Dieser eine da. Der Z-irgendwas. Das DM und, keine Ahnung. Die war, hat mich jetzt auch noch Hasselor, ne? Boah, wieso hat das jetzt so geprüppelt? Ja, komm, sauber, sauber. Ich habe die Gegner verwirrt, indem ich da Saltus drüber gemacht habe. Genau, Sankt Silke. Oder Silke, das hat nicht klappt. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Guck mal, da, da, da habe ich alle verwirrt. Das hat hundertprozentig gepasst. Ja. Wir konnten ihn nicht reindonnern. Nein! Oh, scheiße. Entschuldigung. Oh, ich habe den einen aber abgelenkt. Das ist nicht so schlimm. Nein! Oh, Mann, ey. Du kannst aber auch nicht in der Luft bremsen, ne? Das ist so blöd. Doch, du kannst bremsen. In der Luft? Ja. Und da reagiert das Auto drauf. Ja. Oh. Nein! Ach, dreh dich doch mal, Mann. Ach, kacke. Nein! Oh, scheiße. Ich gehe immer... Ja, was ist denn jetzt wieder hier? Hallo? Sorry, sorry. Aber der Typ ist an mir abgeprallt. Alles gut. Ich habe mich gewundert, weil ich bin zweimal gegen euren richtig reingeprettet und der ist einfach nicht kaputt gegangen. Oh, fuck. Ich sehe... Da ist der Ball. Hihihi, da konnte ich nicht mehr springen. Spritte auch nur noch rein, damit wir dann bessere Vorteile haben. Ihr habt nur zwei Zerstörer hier an eurer Seite. Ne, das gibt's doch gar nicht. Ah, den einen habe ich noch weggeschmettert, aber... Den habe ich nicht getroffen, das ist doch... Und vorbeigesprungen. Sonst wäre er weg gewesen. Oh, Leute. Keiner will sich die Niederlage da von den Leuten angucken. So. Sehr gut. Oh, Entschuldigung. Das macht... Entschuldigung. Ich hasse diese Scheiße mit der Ballkamera, ehrlich. Oh, 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 oh. Raus damit. Wuhu. Ja, so langsam sind sie sauber. Das ist nicht unser Problem. Das ist quasi... Oh, scheiße, Entschuldigung. Scheiße. Shit. Ich entschuldige mich, weiß nicht, aber am ersten Mal ist der Flo in mich reingedonnert, habe ich gerade gesehen. Ich glaube nicht. Aber am zweiten Mal bin ich hier in den reingedonnert, also macht nichts. Nein. Oh, fuck. Ja, ja, nein, nein. Scheiße. Oh, dieses Arschloch hat mich kaputt gemacht. Sorry, Lars. Nein, noch mal. Ey, das warst du, glaube ich, nicht. Doch, doch, das war ich. Was, du hast mich kaputt gemacht? Nee. Nein. Weil irgendeiner von uns stand da mitten im Weg, als ich gerade am Abwehren war. Ja, ja, bist du schuldig. Nee, nee, eigentlich hat Flo das abgewehrt. Ja, das war der, nee, das war der Lars. Und dann haben die, ja, ich... Ich habe den nach draußen gehauen, in dem Moment hast du zurückgehauen. Ja, der war sogar so getimt. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber er war so getimt. Wer hat mich gerade abgelenkt? Ich bin zu langsam gewesen. Ich kam nicht weiter, ey. Bin zwar schön daneben gefahren, aber ich kam nicht mehr... Da, siehst du, guck mal, ich habe die ganze Zeit versucht. Aber das sind doch Assis. Sie spielen alle zu dritt zusammen. So nach dem Motto rechts, links, darauf achten, dass keiner da reinprescht, weißt du? Also Assis ist jetzt im Sinne von, dass es nicht gut ist für uns. Hi, Schassi! Wow, kann mein Auto mal das tun, was ich machen will? Apropos Assis, spielen wir heute nur Dead by Daylight? Äh, also ich würde gerne. Aber dein Freund hat schon gesagt, dass er das nicht möchte und uns jetzt alle doof findet, deswegen. Hm. Ey, sag mal! Weil ich das würde, ich das halt immer was ganz anderes. War das jetzt die Anna oder war das jetzt der Lars, die mich reingeknallt sind, als ich gerade abwenden wollte? Ich bin am Tor bei uns. Das war es nicht. Das war ein blauer, das habe ich genau gesehen. Ah, zack! Du hast ja vielleicht dich selbst gesehen. Ah, der eine Typ hier, der sammelt die ganze Zeit nur die Boosts ein. Ja, das ist... Ey, schon wieder einer, der mich reingeknallt. Das war der Lars jetzt, aber das habe ich gesehen. So, ihr Arschlöcher. Ihr fahrt da und in mich rein, äh, ja, ihr fahrt da und in mich rein, dann könnte ich das jetzt auch. So, ha, Hass jetzt davon. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Ne, ich war ein bisschen zu schnell da. Das war jetzt keine Absicht. Ich fahr außerdem nicht euch rein, sondern denen rein. Das ist ja klar. Oh, hier hat jemand in der Chat reingebrüllt. Hätten du das gerade gehört? Hm, nee. Ich glaube, das war der, den ich gerade zweimal hintereinander kaputt gemacht habe. Welcher war das? Den würde ich sogar noch mal kaputt machen. Hier gibt es einen Voice-Chat, das wusste ich gar nicht. Scheiße. Wow. Nicht den Ball, nicht den Ball. Ich habe noch mal gekriegt. Nein. Fuck. Also, also zufurt fand ich das immer noch am besten, als wir gegeneinander gespielt haben. Ja klar, weil du immer Gwanna hast. Ich habe gerade durch Discord gehört, wie ihre Mumu gequieft hat. Als sie sich gefreut hat, so. Huiiii.